Ja, ja, bleib mal da hinten, ihr blöden Zombies. Okay, hier ist eine große Lagerhalle, das ist schon mal ganz schlecht. Ich glaube, ich hatte eine Mücke am Arsch gestochen, das ist total ätzend. Oh, hier ist viel Industrie, das kannst du einfach alles ablaufen, dann hast du alles zusammen, was du brauchst. Okay, hier liegen Tank Traps, die nehme ich mal nicht mit, die brauchen wir noch nicht. Engine Parts, die brauchen wir auf jeden Fall. Oh, ich dachte gerade, ich hätte einen gesehen, das war so Grafik, die sich aufgebaut hat. Aber hier sieht es gut aus. Sehr gut, Engine Parts. Engine Parts, richtig gut. Wir brauchen für den, naja, Reifen werden eigentlich noch besser, ne? Ja, ja. Aber ich glaube, ich kann hier echt... Boah, wir müssen, nee. Noch mal so eine Umschraubaktion. Nee, wir brauchen unseren UAZ. Das wird dann unser Kommando-Fahrzeug. Mal eine Pimperle, meinst du? Richtig. Wo genau bist du? Okay, ich komme zurück. Ich bin jetzt auf so einem Rasenfeld hier gegenüber von der Tankstelle. Also auf der Seite der Tankstelle, von der Tankstelle ausgesehen, in deine Richtung eigentlich. Ich laufe mal dahin zurück, wo ich meinte, vielleicht bist du da schon. Bei so einem Schild bin ich, bei so einem roten Schild mit dem Führer drauf. Hier sind so vier so Silos. Ja, ich glaube, du bist in der Nähe. Ich komme da jetzt auf den grünen Streifen, glaube ich. Ja, fahr mal weiter die Gasse durch. Die grünsteil... Grünstreifgasse. Am Ende stehe ich. Aber Vorsicht, hier sind Zombies. Okay, da steht es eigentlich ganz gut. Ich hoffe, die Engine-Parts passen. Perfekt. Okay, jetzt gehe ich wieder hier rechts rein. Gib mir mal meine Munition, bitte. Achso, in meinem Rucksack. Rück dich, mein Schatz. Jo. All right. Wir wollen mal gucken, ob hier was neu gespawnt ist. Ein Zombie ist auf jeden Fall drin. Das ist ja schon mal toll. Wer repariert in Sabina? Fragt O5IRI5, ne? Und da frage ich mich auch, wer die Sabina repariert, ne? In ihr, bitte. Ich nehme mal Glas mit. Der hat da immer repariert. Der Marcel D. Eine Uhr hast du schon, ne? Das reimt sich auf Winter. Eine Uhr habe ich schon. Ich bringe da Zombies mit. Nehme ich mal mit. Er bringt da Zombies mit. Ich versuche, die loszuwerden und dann unsere Scheiben zu reparieren. Ne, ich nehme das nicht scharf. Wie schön. War so gut. Dann denkst du dich mal ab und ich repariere die Scheiben. Mal gucken. Ob man bei uns überhaupt die Scheiben reparieren kann. Mal gucken. Da die Windschutzscheibe eh runtergeklappt ist, bringt das, glaube ich, überhaupt nichts. Okay, ich mache mal eine weitere, mache mal eine nächste Runde hier im Industriegebiet. Wer hat noch nicht mehr will, noch mal eine Runde Industriegebiet. Und wieder links rein? Ich bin links rein jetzt, ja. Ah, weitere Engine Parts. Soll ich die mal mitnehmen? Ja. Für unseren Motor und dann für den... Ich höre euch. Wie, du hörst uns. Junge, wieso hast du mich denn gehört? Ich bin voll leise. Oh, du bist voller Scheiße. Du bist voller Scheiße. Prakt, da kommt er, ja. Den finde ich auch gut. Junge, ich knall dich gleich ab, wenn du so weitermachst. Ja, zur Notknall sie ab. Aber ich habe nicht so viel Munition, das würde ich lieber sparen. Wie, ich hatte doch vier Magazine, ja. Zwei. In der Rucksack haben wir zwei Magazine, AK. Mehr nicht? Es kam irgendwie mehr vor. Leider kann man hier nicht rein. Kacke. Toll, dann bringen wir das hier gar nichts. Da kommt noch einer hinterher. Ey, das gibt es doch nicht. Also zur Not, innerhalb eines Gebäudes, schönen Kopf. Zack, zack, zack. Zack, zack. Da ist was zu essen. Sehr gut. Gebackene Bohnen. Ohne die möchte ich hier nicht wohnen. Boah, heute ist Singzeit, glaube ich. Singzeit, ne? Habe ich mir auch. Just gonna wait until tonight, baby. Da kommt der Heide, da gibt's ja, wo war's. Ich habe nur Engine-Parts ergattern können. Gattern. Genau, auf Zombie-Tour. Ich gehe mal in so eine Halle rein. Sag mir Bescheid, wenn du scheißt. Das heißt, du hast drei Magazine. Eine in der Waffe, zwei... Ne, ich habe einen in der Waffe und einen im Inventar. Ach, shit. In der Waffe war ja nichts. War der Mixball? Ne. Aha, Kacki. Kacki, man. Sag mir Bescheid, wenn du schießt. Ja, ja, ich schieße dann einfach mal. So, ich packe die Engine-Parts in unsere Karre. Würde ich gerne hier dieses Zement-Mischer-Ding mitnehmen. Ja, mach doch. Brauchen wir eh für unser... Aber kann ich doch nicht. Aber kann ich doch nicht. Aber hier kommt Platz. Müssen wir mit in der Karre kommen. Aber ob wir die da reinkriegen? Ich höre eine Karre. Moment, ich mache mal lauter. Oder war da... Ich weiß jetzt nicht, ob es Waldrauschen war, oder... Ich höre nichts. Ne, ich bin auch übervorsichtig, glaube ich. Ich glaube, das war Waldrauschen. Ich fahre unser Auto mal in das Industriegebiet rein. Da kommt man nicht so schnell raus. Wo jetzt, wo ich bin? Oder wo die Hallen sind? Ja. Die liegen Engine-Parts. Ja, geil. Aber jeder haben wir jetzt schon drei. Auspuff brauchen wir auf jeden Fall. Hab ich. Ach, hab ich nicht genug Platz. Und Rotorteile. Ne, die brauchen wir nicht. Letzte Halle. Beilauf, sind wir das? Moment. Sind wir das? Ja, ich gucke mal die, weil ich bin nicht geschützt in so einer Halle. Pailover. Ich fahre in so einer Halle rein. Letzte Halle bin ich drin. Ne. Ne, ne. Wir sind in Stangrad, oder? Warte, ich gucke gleich. Mitrovic. Mitrovice sind wir. Ja, ja. Stangrad und Mitrovice. Da müssen wir sein. So. Fuel-Parts. Ähm, Moment. Was hab ich jetzt noch hier drin? Ach, ist auch egal. Hast du die andere Halle schon durchsucht? Nein. Geh ich mal da rein. Hallo, Gier. Nicht wirklich was. Who is in Tavi? Wie find ich? Mitrovice und Stangrad. So. Ach, mich hat, glaube ich, ein Zombie. Ja, ja. Ey, wie viel geht da rein in die Karre? Das ist ja der absolute Hammer. Ich muss schießen. Ne, muss ich nicht. Muss ich gar nicht. Ich laufe einfach weg. Ich spare Munition. Acht Antibiotika haben wir genau dabei. Können wir eigentlich noch welche nehmen, boah. Na, wieso? Wir sind ja nicht krank. Hilft doch. Egal. Hilft doch. Ich hab halt noch gar keine andere Zweitwaffe. Weil jetzt hab ich zumindest schon mal die beste, also aus meiner Sicht die beste Cobra. Das ist für mich die beste Waffe in dem Spiel. Neben dem, neben den Waffen, die wir mal ergatterten konnten. Ne, die waren natürlich noch besser, aber die ergattert man ja auch nur, ne? Die ergattert man nur. Die man jetzt mal so findet. Finde ich die schon mit am coolsten. Ich fand die, die große Wumme, die mit den vielen Schüssen noch gut. Die richtig dicke Wumme. Quasi das Maschinengewehr. Werde ich ja nie. Ey, wir brauchen jetzt keine Reifen. Das ist nur so Kleingeschisse, was hier ist. Gibt's doch nicht. Kacke. Wir brauchen Reifen. Ohne Reifen können wir unseren LKW nicht reparieren. Aber wir wissen zumindest schon mal, wo einer steht. Code Block. Der in Licht Window Glas auf einmal. Das ist wichtig, das brauchen wir. Für den LKW. Ach. Für den LKW brauchen wir das. Warum das denn? U-A-N-T-A-W-I. Windscreen-Glas? Was auf jeden Fall. Greenscreen-Glas? Windscreen. Windscreen. Oha, das ist bestimmt eine Falle. Immer nur das Böse im Menschen. Ja, ich bin sehr misstrauisch, gerade in diesem Spiel. Der Toolbox brauche ich ja auch noch. Toolbox. Mhm. Wo bist du eigentlich jetzt? Immer noch da, wo der Wagen steht. Du gehst einmal raus und gehst wieder rein, ist da etwas drin. Ich komme da jetzt auch nochmal hin und versuche mal. Da hinten habe ich nämlich gerade. Das bin ich. Ich habe da gerade eine offene Tür gesehen. Das heißt, da könnte man eventuell auch rein. Der geht mir auf den Keks jetzt um wieder. Nee, Moment. Oh, fuck. Komme ich jetzt hier lang? Aber ich glaube, die haben das mit dem Beinbrechen auch verbessert. Naja. Jetzt ziehe ich noch an den erinnern, der alle fünf Minuten die Beine gebrochen hat heute Morgen. The break your leg every five minutes, guy. Ja, und schon, Mann. Aber wir brauchen Reifen. Ohne Reifen keine Competition. Ich laufe jetzt noch einmal in die hintere, das ist, in die hintere Dingens. Sonst wird das ja auch zu langweilig für die Zuschauer. Schau was. Für die Zuschauer. Hier fällt Ihnen das neu gespawnt. Helikopter über Tavi. Hey. Hey, und ich bin tot. Warum muss ich mir hier schaust? Genau, das kommt dann. Die Map heißt Tavi, ja. Alles korrekt. Irgendwo über Tavi ist ein Helikopter. Ach, das bist du, der hinter mir ist. Ja, wer ist uns? Das wäre ein Zombie. Nein. Hallo, meine Damen und Herren, mit Äxten im Kopf. Ihr seid so hübsch. Oh, die haben ich gekriegt. Komisch, dass sie immer dich kriegen. Ach, guck mal, hier liegt nur motherfucking Scheiße. Windows. Ja. Ach, Windows brauchen wir nicht. Das macht nichts. Das ist nur schön. Was ist hier schön? Schau mal. Ja, da ist nichts. Da kann man nirgends wo rein. Gut. Würde ich sagen. Take me home, Chicago. Chicago. Genau. Schaue ich nochmal, was ich alles im Backpack habe. Was vielleicht in die Karamose. Schade. Aber hier müssen wir nochmal hin zurück, wenn wir Reifen haben. Das ist eine ganz gute Stadt hier oben. Oder nochmal in die Polizei. Nochmal in die Polizei. Könnten wir eigentlich tun. Ist ja nicht so weit von hier. Lass mir den Wagen da drin stehen, oder? Wofür haben wir den Wagen vor? Oder willst du diesmal in die Polizei? Und ich komme mit dem Wagen hinterher. Die Frage ist, ob ich jetzt hier auch rauskomme, ohne nochmal an die ganzen Zombies. Was liegt hier hinten? Oh, Reinforcing. Ich probiere mal, ob ich das Reinforcing-Material auf unseren Jeep anwenden kann. Na, komm schon. Nee, das kann man nicht. Egal, packe ich das. Naja, das ist ein bisschen Autofahren. Das bringt nichts. Aber wenn wir da hinfahren, dann spawnt das nicht. Und ich denke jetzt... Der kommt hier durch. Ich gehe ja eben in die Halle rein und muss schießen. Wieso? Du kannst auch nach der anderen Tür einfach rauslaufen. Äh, die kommen aber... Die gehen durch die Wand durch, siehst du? All right. Ich könnte aber schon mal bei der Tankstelle tanken, während du bei der... Wollen wir hier nicht drüber hüpfen? Ey, guck mal hier! Ja, nicht, dass du da runter... Habe ich gesehen, habe ich gesehen. Stichwort Beine brechen und so. Mhm. Aber ich habe alles dabei. So, ich bewege mich langsam Richtung Tankstelle. Der eine direkt, der Bekloppte, anstatt dem LKW zu folgen, läuft er hinter mir her. Da bin ich natürlich auch viel lauter als der LKW. Hier kann man aber noch nicht mal tanken. Ja, scheiße. Da brauche ich hier gar nicht anhalten. Da drin sind auch nur Rotornau. Ach, shit, 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 shit. Ich bin auch blöd gelaufen. Ich bin nämlich... Äh... Hinten, also nicht in die Richtung, wo du gegangen bist, an die andere. Ich verliere die aber auch nicht. Die Dreckszombies. Echt blöde Leute, Zombies. Das sind ja Menschen, die gestorben sind. So, und stell dir mal vor, die war jetzt auch noch blöd. Denn das sind blöde Menschen, die gestorben sind. Ja, dann ist richtig vorbei. Das ist eine Kombination. Okay, ich habe sie verloren und stehe hinter der Schule. Wir haben ein Krankenhaus. Da brauchen wir aber nichts, oder? Nein. Weißt du, was mies wäre, wenn du so einen Zombie-Vortäusch-Modus anmachen könntest? Dass du so schlurfst und den Rucksack weglegst. Und dann, zack, knarrt sie ihn alle abknallen. Jetzt in die Polizei. Gleich. Rennst du da rein? Nein, ich gehe geduckt. Hier ist einer. Hier ist einer auf jeden Fall dann. Die Zombies sind doch nicht scharf. Sicher? Ja. Dann verlassen Renn der Zombie. Okay. Nee, Heli kommt. Heli? Ja. Ich höre nichts. SA-VZ-48, möchtest du die haben? Wie sieht die aus? Wie meinst du das? Ist das eine kleine oder eine große Waffe? Eine kleinere. Nee, dann nicht. Drei Helis, was geht? Dann habe ich hier noch eine AK-74, die willst du ja nicht. Nee. Dann bleibe ich lieber bei der AK-M. Ich gehe in der Tür. Soll ich dich abholen kommen? Nein, brauchst nicht. Komm mal jetzt. Ach, scheiße, dass ich hier nicht aus dem Fenster raus kann. Ja, fahr vor. Guck mal kurz auf die Map. Fahre ich eben vor. Dann springe ich rein. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Boah, da geben wir Gas. Direkt weg. Die Frage ist ja, was will die Helikow hier? Die suchen doch bestimmt Leute. Ich glaube, die wollen, die wollen zu Sektor B fliegen. Puh. Pucki ist tot. Pucki. Ich hatte sich bestimmt gedacht, Pucki, ich bin tot. Nächster Plan. Fahr mal links. Ich glaube, da kommt jetzt nochmal so eine Industrie. Ah, ne, da kommt eine Stadt. Aber vielleicht hat die ja Industrie. Ja, er hat die. Ja. Moment, fahre ich gerade drauf die Industrie zu? Oder? Könnte sein. Jetzt sind wir in Stang, Stang, Stangrad. Stalingrad? Ja, so ähnlich. Da kommst du nirgendwo rein. Och, Kacke. Aber das ist eine Feuerwehr. Wir müssen mal irgendwie versuchen, für uns alleine ein Armeelager auseinander zu nehmen. Vielleicht komme ich von dem Scrap-APC was abgelaufen. Das wäre ja schön. Ich gehe mal rein. Der hat auf jeden Fall Reifen. Ah. Wheels. Zwei Wheels hat er. Geil. Bau die ab. Wir brauchen sechs Stück, oder? Ja. Vier reichen aber, glaube ich, erstmal auch. Wer sind die King of Bongos dann? Zwei haben wir jetzt. Playing the Rongo. Wir haben zwei Wheels im Moped. Remove Wheel. Ich, dass jemand versucht hat, die zu reparieren. Wie sich das anhört. Es ist ja schön, erstmal den Schlüssel fallen. Was ist mit meiner Maus los? Was soll das? Hallo? Was soll das? Ich kann nicht mich... Hä? Ich kann mich nicht mehr... Ah, so. Ich konnte mich nicht mehr mit der Maus umgucken. So. Drei Reifen haben wir. Komm, ein Vierter noch, ey. Ich gucke mal, ob noch Gear drin ist. Hier kommt auf jeden Fall gleich nochmal was auf der Midout Map. Das könnte in der Industrie aussehen. Ne, da ist sonst nichts drin. Hier ist nichts drin gespawnt. Ich habe jetzt eine Weile aufgerüstet. Ich gebe. Ich gebe. Ich gebe.